Siri öffne Lupe. Jetzt schauen wir mal ob wir überhaupt im Bild sind. Das Display ist zu mir gedreht. Ja, sieht ganz gut aus. Wir können loslegen. Brückenbau und Bayerien beseitigen. Mr. Blindlife hier wieder mit einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Denn wenn es euch geht, geht es mir gut. Wenn es mir gut geht, geht es euch gut. Und wer von euch mich lang genug kennt, kennt diesen Satz. Den habe ich früher immer gemacht. Schon seit... Ich weiß gar nicht. Wann habt ihr den Satz zum ersten Mal gehört? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte mir, ich nehme die Kamera wieder in die Hand. Was ist... Sagen wir jetzt nicht, dass es ein neues Kapitel ist, okay? Es ist einfach ein weiteres Video. Und das, was ihr gerade zu Beginn gehört habt, ist meine Sony-Kamera. Die Kamera, die so ein bisschen sprechen kann. Die aber nicht wirklich komplett barrierefrei ist. Und ich weiß, ich schulde euch seit zwei Jahren ein Video darüber. Ich muss das auch machen. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt wollt. Wir reden heute mal so ein bisschen über Content Creation. Denn ich kriege in letzter Zeit vermehrt Anfragen. Teilweise von blinden Menschen. Teilweise nicht von blinden Menschen. Meistens eher von blinden Menschen, die dann sagen. Oder so jemanden, hey, ich will YouTube machen. Hilf mir mal. Mach das mal für mich. Wie mache ich das? Was hole ich mir? Und ich dachte mir, ich rede mal so ein bisschen über den Job des Content Creators. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Tipp. Ich muss mir das überlegen. Oder soll ich darüber ein separates Video machen? Trainingstasche ist gepackt. Ich war seit zwei Monaten nicht beim Training. Okay, vor ein paar Tagen. Aber das war wirklich Muskelkater mäßig. Deswegen gucken, wie es heute wird. Und wir reden heute eher über den Job Content Creator. Ist das überhaupt ein Job? Kann man das überhaupt blind machen? Und ich glaube, wir sollten ein separates Video dazu machen mit Tipps und Tricks. Ich glaube, das ist besser. Ich muss erst mal zum Training. Und dann reden wir über Job. Und ja, wie ich damit angefangen habe. Und was das hier überhaupt ist. Oh, es ist kalt. Und da bin ich wieder zu Hause angekommen. Ich habe jetzt draußen nicht so viel gevloggt. War schon ein bisschen ungewohnt, jetzt nach so langem, also mit Kamera draußen rumlaufen. Ich meine, die ganzen TikToks und so, die macht man ja so. Da nimmt man eine kurze Szene auf oder sagt einen Satz. Aber so ein Telefon bzw. eine Kamera im Querformat halten und filmen, das war schon so eine andere Geschichte. Aber ich bin ja Content Creator. Und ja, das ist mein Beruf. Okay, das ist mein Beruf. Ich habe 2014 angefangen. Damals war es natürlich nicht mein Beruf. Ich habe damals angefangen, Videos zu drehen. Ihr kennt es, nur Vlogs gedreht, Aufklärungsvideos. Und auch, weil ich natürlich selber sehr viele Vlogs von anderen Leuten gesehen habe. Seit einigen Jahren mache ich das ja beruflich. Das heißt, jahrelang lief der Kanal nicht. Dann lief der Kanal, mal läuft der Kanal besser, mal nicht so gut. Und auf TikTok zum Beispiel oder auf Instagram sind die Kanäle auch mittlerweile abgegangen. Also richtig krass durch die Decke ging es nur durch TikTok. Das heißt, ich hatte gar nicht so die krasse Erfahrung oder ich hatte niemanden, an den ich mich richten konnte. So, wie mache ich YouTube? Mach mal für mich einen Kanal, mach mal die Videos. Sondern ich musste halt mir das selbst beibringen. Und das habe ich auch. Das heißt, ich habe selber YouTube-Videos konsumiert. Ich habe dann versucht, Sachen irgendwie zu nehmen, für mich zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich das für mich anpassen? Wie geht denn das? Aber abgesehen davon, ich wollte ja früher mit diesen riesen Kameras rumlaufen und dann mit so einem Stativ in der Hand und habe dann gesehen, das geht alles gar nicht. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mir das alles selber beigebracht habe. Denn na klar, kann man auch jemanden fragen und dann sagen, hey, zeig mir mal, wie das geht. Auch eine Option. Aber ich finde gerade in der kreativen Branche ist es ja auch unter anderem wichtig, dass man sich selbst mal so ein bisschen ausprobiert. Ja? Da kamen wir schon fast zu den Tipps, aber das in einem anderen Video. Schreibt erstmal alle eure Fragen zum Thema Social Media, Content Creator und Blind irgendwie mal hin, wenn ihr solche Gedanken habt, selbst was zu machen. Ich finde es ja gut, dass es mehrere Leute gibt, die sowas machen wollen. Aber wie gesagt, ich sage immer selbst, erstmal anfangen, erstmal probieren und auch mal ein bisschen selber Erfahrungen sammeln. Also nicht immer von einem festlich gedeckten Tisch einfach nur essen. Ja? Sondern auch ein bisschen selber mal ausprobieren und mal lernen, wie deckt man so einen Tisch eigentlich? Was ist ein festlicher Tisch? Wo kriegt man das Essen her? Ja? Also das metaphorisch jetzt gesehen. Und mein Traum war es ja immer, natürlich auch durch das Thema Blindheit, Sehbehinderung dann bekannter zu werden, Aufklärungsarbeit zu leisten. Dass ich jetzt in diese Leitstreifen-Freihalten-Geschichte, ja, irgendwie gerutscht bin, das war ja nicht beabsichtigt. Das ist ja dann quasi ein Video, was viral gegangen ist. Und dann, ja, lief das halt gut und das macht mich natürlich happy. Dass ich jetzt hieraus einen Job gemacht habe, war auch gar nicht so einfach. Denn wie funktioniert das überhaupt? Ich finde das viel interessanter. Also ich finde es persönlich viel interessanter herauszufinden, wie gründet man eine Firma, wo kriegt man Tipps und Tricks, wo kriegt man Geldzuschüsse oder wo unterstützt man einen, statt zu sagen, wie drehe ich ein Video. Ein Video drehst du, indem du, jetzt ein krasser Tipp von mir, eine Kamera in die Hand nimmst. Wenn du blind bist, mit der Hand fühlst, wo die Linsen sind, versuchst die Linsen vor deinem Auge zu halten, Kamera wegzuhalten, hinzustellen und dann anfangen zu filmen. So dreht mein Video, okay? Die ganz einfache Variante. Dann wird es natürlich noch ein bisschen tiefer. Aber ich sage immer, selber ausprobieren, ist ganz cool. Und mittlerweile, haben es ja 2024, und es gibt ja nicht nur mich auf dem Markt, sondern es gibt mittlerweile mehrere YouTuber. Ich habe ja damals hier in Deutschland angefangen, mit diesem ganzen Social-Media-Kram. Und dann sind noch ein paar andere dazu gekommen. Also zum Beispiel Ypsilon hat dann teilweise auf YouTube was gemacht. Und jetzt, ich glaube, die ist jetzt so bei Aktion Mensch. Zumindest sehe ich sie da so. Also sie war ja quasi die, die nach mir kam. Dann irgendwann ist ja, also die Reihenfolge weiß ich nicht perfekt, wer danach kam. Also ich weiß, ich war die Nummer 1. Dann auf jeden Fall hatte ich Ypsilon mal irgendwann auf dem Schirm. Dann irgendwann habe ich Nikolaus gefunden, Nikolaus Pegasus. Ja, der war ja dann bei Leroy. Und ja, jetzt gibt es halt noch so ein paar mehr. Samary Time, die jetzt bei mir sind. Und Blind Ilker. Und der Blinde vom Blog zum Beispiel. Ja, ja, ich gebe jetzt ein Shoutout an alle Leute. Daily Live. Nee, Daily Blind. Daily Blind. Also hier gibt es auf jeden Fall einige mittlerweile, die versuchen da auf Social Media was zu machen. Was ich cool finde. Ja. Was man aber nicht unterschätzen darf ist, neben der Kreativität ist Content Creation oder der Beruf Content Creator ist ein Job. Also das vergessen viele. Man denkt immer, oh ich nehme Kamera in die Hand, ich filme mal ein bisschen und danach bin ich reich. Hm, hab ich da Schokolade am Mundwinkel? Na egal, bleibt drin. Aber so einfach ist es nicht. Vielleicht bei anderen Themen, keine Ahnung. Aber wenn du zum Thema Inklusion, Blindheit, Sehbehinderung was machen möchtest, ist das ein Job, wo du wirklich, ähm, ja, sehr viel arbeiten musst. Denn wir sind noch nicht so weit hier in Deutschland oder auch teilweise in der Welt, dass blinde Menschen easy Jobs kriegen, abgesehen von Content Creation. Finde mal so einen Job. Ich habe ja letztens eine Nachricht bekommen, dass eine Person einen Job sucht. Genau, ähm, naja, aber man findet halt nicht so leicht Jobs. Ähm, jetzt findet man doch hier, hier, ähm, Blind Booktalk fällt mir jetzt ein. Äh, äh, genau, Alena heißt sie. Sie macht zum Beispiel so Booktalk, heißt ja der Name. Noch eine TikTokerin jetzt genannt. Gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber ich habe die jetzt gerade nicht alle im Kopf. Ähm, und dementsprechend steckt dahinter auch viel mehr als nur Videos drehen. Am Anfang ist es natürlich nur Videos drehen, kreativ sein, spaß sein. Dann, wenn das irgendwann zu Geld wird, das heißt, wenn man durch die Videos Geld verdient oder wenn man Aufträge bekommt. Dann kommt da das ganze, äh, finanzielle, der, äh, Businessplan und keine Ahnung was, ja. Da muss man sich hinsetzen und überlegen, äh, oh, okay, oh, nein, jetzt kommt das Finanzamt. Äh, äh, was mache ich denn jetzt? Ich finde, das ist viel interessanter, äh, weil da muss ich natürlich auch viel lernen. Ähm, wie mache ich das Ganze, wie erstellt man Rechnungen, ähm, dann Steuererklärung und so weiter und so fort. Das ist so das, was man ja dann nicht so wirklich in meinen Videos sieht, sondern das läuft dann im Hintergrund. Ähm, das ist so der Papierkram. Ja, ansonsten hast du als Content Creator natürlich auch die ganze Kommunikation. Das heißt, ähm, wir drehen jetzt demnächst ein Video. Ah, Blind in Beauty fällt mir noch ein gerade, ne, Blind in Beauty. Ähm, die, ähm, macht ja was, sie ist blind und macht das mit Beauty. Also, versteht ihr? Und dann kommt diese Kommunikation miteinander. Das heißt, wenn ich ein Video mit irgendjemandem drehen möchte oder irgendjemand will mir wieder ein Video drehen, dann hast du die Kommunikation und dann musst du dann natürlich gucken, Standort. Also, wo leben diese Personen? Leben diese Personen in Hamburg oder sind sie irgendwo in Berlin? Das geht ja dann noch, aber wenn du irgendwo in Nürnberg bist und so, dann bist du schon weiter weg. Das heißt, zuerst die Kreativität, Videos üben, probieren, ausprobieren, machen, drehen, Vlogs. Da hinten ist mein Regal. Ich habe so viele Kameras da drin, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen, ich kann dazu schon auf jeden Fall was sagen bei Tipps und Tricks Video. Ähm. Dann die ganze Kommunikation miteinander, wenn man anfängt, so Kooperationen mit anderen Leuten zu machen, so mit anderen TikTokern, YouTube und whatever. Dann die Steuergeschichten natürlich, die Papierkram, ne, in Deutschland Papier immer wichtig. Äh, und dann auf jeden Fall, ähm, ja, geht's Richtung Management und so weiter und so fort. Ne, ich hatte ja mal ein Management, damit hatte ich schlechte Erfahrung. Ähm, deswegen habe ich aktuell keins. Und ich persönlich habe schon diverse Managements angeschrieben, die man auch so kennt, die ich cool finde, aber leider entweder Absagen bekommen oder keine Antworten von denen. Ähm, wahrscheinlich, weil die teilweise zu sehr beschäftigt sind, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, es kann auch, weil das ist immer so ein Beigeschmack, auch damit zusammenhängen, von wegen, oh mein Gott, ein blinder Content Creator. Oh, wie machen wir das jetzt? Was machen wir denn? Ein blinder Content Creator kann doch nur blinde Sachen machen. Also, bestes Beispiel, ich war ja bei Netflix letztes Jahr und habe dann den Leuten gesagt, ey Leute, blinde Menschen gucken nicht nur auf Netflix Filme für blinde Menschen, sondern auch andere Filme. Da waren die geschockt so, äh, was? Wie, äh, wie bitte? Äh, was? Achso, ich dachte, Blinde hören nur Hörbuch. Also, so haben die es jetzt nicht gesagt, okay? Nee, das war jetzt mit meinen Worten, aber, ähm, das heißt, gerade in dem Bereich Content Creation, ähm, als blinde Person oder fast blinde Person, musst du auch sehr viel einstecken können. Du musst sehr, äh, hart im Nehmen sein. Das musste ich mir auch alles selbst beibringen. Und vor allem, also Hate-Wählen und so weiter und so fort. Das ist das eine im Internet, was kommt, ne? Das ist, wie gesagt, ist nicht alles, die Medaille hat immer zwei Seiten. Die andere Seite ist aber, auch wenn du dann Kooperationen beginnst, ähm, ähm, es wird immer offener und immer besser, aber wenn so ein paar Jahre alleine zurückgehen, äh, und es ist immer noch teilweise schwierig, wirklich Kooperationen zu kriegen, Kooperationen durchzuführen, ähm, dann heißt es, ah, blind, und was können denn blinde Menschen überhaupt? Also, ich versuche ja mal, die Barrieren zu brechen und zu sagen, ey, äh, blinde Menschen, also, ich fahre ja gerne Auto, jetzt auf abgesperrten Strecken, ich mach dies, ich mach jenes, aber da werden blinde Menschen gefühlt nur zu blinden Sachen eingeladen. Versteht ihr? Und das ist so, ah, das ist so schwierig, ähm, da dann das aufzubrechen. Aber bei mir habt ihr gesehen, außer auf TikTok, YouTube Shorts und so, ich habe ja Kooperationen mit verschiedenen Firmen schon gehabt, nicht nur blindenspezifisch, aber natürlich liegt bei mir das Thema auch auf Fokus Blindheit. Hm, in den zehn Jahren, wie ich jetzt YouTube mache, das ging erst 2020, 21, 22, dann geht es ja so richtig los, ähm, habe ich die ersten sechs Jahre wirklich nur gelernt, 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 geguckt, ausprobiert, und es kommt immer so ein Funken Glück dazu, ja? Also, da gibt es irgendwie einen Fernsehbericht über irgendwelche Leute, ich nenne jetzt keine Namen, auf einmal sind die berühmt, machen dann nix draus. Oder machen was draus, kriegen direkt eine Million Abonnenten. Boah, also, es ist unterschiedlich, es gehört immer so ein bisschen Glück, also, zu welchem Zeitpunkt bist du wo gewesen und wie machst du was? Und ich habe viel ausprobiert als Content Creator, muss aber sagen, nach all den Höhen und Tiefen, ne, also ich habe ja vor Jahren, wer meine alten Videos kennt, kennt meine alten Videos, habe ja auch überlegt, das Ganze mal aufzuhören und so, muss ich aber sagen, das ist mein Traumjob. Warum ist das mein Traumjob? Ich kann einfach jetzt um diese Uhrzeit hier sitzen, ein Video drehen, ähm, ihr schaut euch diese Videos an, ihr habt Lust drauf. Klar, mein YouTube-Kanal ist jetzt nicht bei einer Million Abonnenten, das wäre natürlich so ein Ziel, aber, ich habe zumindest die 100.000 mal geknackt, was super krass ist, ja, ähm, was ich auch nie gedacht hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich zu YouTube-Events eingeladen werde, ähm, das sind alles so Dinge, dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, ja, und, was man aber sehen muss, Leute, dahinter steckt immer ganz viel Arbeit, 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 Fleiß und auch, ähm, Dinge, die laufen und sehr viele Dinge, die nicht laufen. Ähm, und ihr wisst immer, auf meinem Kanal habe ich auch vieles gezeigt, was nicht funktioniert, oder auf Hasen, wo es mir nicht gut ging und so, auf vielen Kanälen seht ihr nur die krassen Sachen, so, oh, hab mir 5er BMW gekauft, oh, hab ein neues Haus, ich lebe in der Karibik und hast du nicht gesehen. Ähm, oft siehst du ja nur diese krassen, positiven Dinge. Ähm, aber ich versuche beide Dinge zu zeigen. Das heißt, Content Creator ist ein Mensch, der Videos dreht und damit Geld verdient. Ja, das geht wirklich. Was aber klar ist, Leute, und das möchte ich jetzt als, letztes als Appell sagen, wir brauchen mehr blinde, sehbehinderte, äh, Content Creator, weil ich würde gerne, äh, diese Menschen noch mehr vernetzen miteinander. Und das ist auch ein Thema, das ist nicht leicht. Leute miteinander zu vernetzen, also, die, die Gruppe der Menschen mit Behinderung zu vernetzen, ist schon nicht leicht, ne? Also, ich hab auch mal Raoul Krauthausen angequatscht, kommt nix. Ähm, 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 gibt dann wiederum andere, die wieder Lust haben und so. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht leicht. Und natürlich kann ich's auch nicht jedem recht machen. Äh, das ist auch klar. Ich versuche es, aber, ähm, ich hab ja auch super viel zu tun. Aber ich möchte dieses, oh, ich hab super viel zu tun, ich bin so beschäftigt, nicht als Ausrede nehmen, wie es auch andere Leute gerne tun und sagen, hey, keine Ahnung, ich hab keine Zeit, sondern ich versuche es trotzdem. Aber, ähm, es geht natürlich nicht. Äh, immer. Und mein zweiter Tipp, den ich jetzt gebe, probiert es erst mal aus. Macht es erst mal. Weil ich guck mir das gerne an. Also, wenn ich eine Anfrage von jemandem kriege, hey, ich bin blind, ich will jetzt YouTube machen, helf mir mal, äh, keine Ahnung, erstell mir mal einen Kanal, lass mal drei Videos drehen und push mich mal. Nein. Das kannst du vergessen. Wenn ich natürlich, und das soll jetzt bitte nicht abgehoben klingen, ja, deswegen erklär ich das nochmal. Wenn ich natürlich jetzt Kanäle sehe, die schon ein bisschen was gepostet haben und wo ich das Potenzial sehe oder wo ich mir denke so, wow, das ist cool, das gefällt mir oder das ist toll. Ähm, dann natürlich versuche ich, äh, diese Kanäle auch zu supporten. Ja, habt ihr ja gesehen. Ähm, ich hab ja viel mit Blind Ilker gedreht. Ich hab ja mit Samary Time gedreht. Ich muss mal überlegen, wie dieser Name geht. Das heißt, mit denen hab ich auch so ein paar Videos gedreht. Äh, das Blind ist nicht gleich blind, waren die ja bei mir zu Gast. Deswegen sag ich ja, Blind ist nicht gleich blind. Ihr könnt euch in dem Bereich auch bewerben. Ähm, ich hatte da jetzt mal irgendwelche Leute in NRW, aber die melden sich leider nicht mehr. Ich hab eine Nummer bekommen, da geht keiner ran. Schreibt keiner. Also, ist nicht immer so, dass es immer, äh, an meiner Seite liegt, dass ich irgendwie, äh, 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 da, ähm, nichts mache oder so. Sondern ich geb mir auch Mühe, aber manchmal kommt auch nichts mehr zurück. Ähm, kann ja auch sein. Vielleicht haben die dann selber zu tun. Und so, so ist es halt. Ist okay. Ähm, ja, das ist so der Beruf des Content Creators. Ich wollte einfach mal ganz offen und ehrlich sein. Ich überlege gerade, soll ich das überhaupt so hochladen oder nicht. Aber ich glaube, ich tue es. Ähm, das ist es. Also, das ist ein Beruf wie jeder andere. Nur jeder muss halt für sich herausfinden, welchen Beruf mag ich. Und ich liebe diesen Beruf. Und deswegen mache ich diesen Beruf. Ja, da gibt es natürlich auch die Auf und Abs. Ähm, ansonsten arbeite ich ja noch im Dialoghaus. Im Dialog im Dunkeln, das wisst ihr ja. Aber ich wollte ja heute zum Thema Content Creation reden. Das heißt, wer das Video bis hierhin geguckt hat, Dankeschön. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Nächste Blind ist nicht gleich Blind Folge steht schon in den Startlöchern. Ja, da ist schon was in Planung. Aber ich will immer nicht zu viel sagen, weil dann manchmal klappt es, manchmal klappt es dann nicht. Wenn ihr aber jetzt Fragen habt zum Thema, oh, ich will YouTube machen, ich bin blind oder sehbehindert oder wie auch immer. Fragt mal all diese Dinge unten rein. Ich lese mir das mal durch. Und schau mal, ob ich eventuell so ein paar Tipps und Tricks machen kann. So, weiß ich nicht, fünf Tipps oder so für blinde YouTuber oder so. Vielleicht kann ich euch da so ein kleines Handwerkzeug an die Hand geben, wenn ihr was machen wollt. Aber wichtig ist, macht auch auf jeden Fall selber was. Und wenn ihr da schon was gemacht habt, wenn ihr schon diverse Videos habt, klar, schickt es mir auch gerne. Ich gucke es mir auch gerne an. Weil wir müssen größer werden hier in Deutschland. Wir müssen präsenter werden. In anderen Ländern gibt es schon mehrere Blinde. Wobei, so viele blinde Menschen auch nicht. Also, wenn ich jetzt international gucke, Blind Lucy, also British Blind Girl. Dann gibt es, na gut, da gibt es irgendwie so eine Katie. Oder da gibt es noch so einen Typ, dessen Namen ich vergessen habe. So ein Junge. Dann gibt es in Amerika Pete Gustin, den ich ja feiere. Molly Berg. Dann gab es da noch Thomas Edison. The Blind Life. Nein, ich habe meinen Namen nicht von ihm. Damals kannte ich ihn gar nicht. Der macht ja so Hilfsmittel-Videos. Also, es gibt auf jeden Fall welche. Und bestimmt gibt es in anderen Ländern, die andere Sprachen sprechen. Im Türkischen gibt es zum Beispiel Seslerim Isinde. Ein türkischer YouTube-Kanal, der ist auf über 200.000 gestiegen. Übrigens, ich mache auch türkische YouTube-Videos. Just saying, wenn du Mr. Blind Life abi eingibst. Ich mache türkische Videos. Warum? Weil ich spreche türkisch und ich wollte das schon seit Jahren machen. Habe es nie wirklich gemacht. Hatte dann 2019, glaube ich, den Kanal gegründet. Habe so ein paar Vlogs gedreht. Das sind so die ersten Vlogs auch mit Yasmin und so. Das war ganz cool eigentlich. Habe es dann irgendwann gelassen. Habe dann aber jetzt wieder angefangen. Und ja, der Kanal geht auch ganz gut. Da bin ich happy drüber. Wichtig ist es ja, bei all dem ganzen Papierkram, Geld und was auch immer. Egal, welchen Job du machst. Dieser Job muss dir ja Spaß machen. Und wenn der Job dir keinen Spaß macht, dann such dir was anderes. Und für mich macht das hier Spaß. Aber wisst ihr, was keinen Spaß macht? Es wird jetzt Winter. Und es wird immer so früh dunkel. Und eine Sache, wo ich kein Profi drin bin, ist Licht. Nicht, ja, also wo stellst du welches Licht, denn damit alles perfekt ist. Aber vielleicht, vielleicht sollte ich mir das dieses Jahr mal aneignen. Mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.